Wir haben nach Rounds zu gehen mit rechts. Wir schaffen die Dämonare Richtung rechts rein. Rechts aus, rock, step, schaftel, back, rock, back, schaftel, forward. Zunächst nach Rounds, chair thoughts, mit hattetur, entross. Und seit, die Heimschneid, zunächst nach Rounds. Cross, rock, schaftel, turn, schaftel, turn, halten, rock, back. Zunächst nach Rounds, chair thoughts, chair thoughts, cross, side, rock, schaftel, forward. Und jetzt sind wir wieder in der Dämonare. Hier starten wir wieder von vorne, mit dem Kahn. Das Rechte geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt mit Musik. Und jetzt mit Musik. Und jetzt mit Musik. Vielen Dank. Viel Spaß und nicht vergessen, Kopf hoch und lächeln.